Dies ist die Geschichte von Christian Razanov. Christian ist ein gutes Mädchen. Ein Mädchen wie viele andere. Geht nicht raus, wenn man es ihm verbietet. Schont sich und seine zarte Haut das Mädchen. Und doch ist sie ganz anders als die anderen. Christian nämlich hat kein Gesicht. Es ist mitten in der Nacht. Haben Sie den Verstand verloren? Mit wem sprechen Sie? Mit niemandem? Hallo? Komm schnell! Es ist die Diet. Sie ist am Set. Sagen wir die Wahrheit. Es ist nicht gelungen. Du meintest doch, wir können das später im Schnitt sehen. Ich weiß nicht, ob der Schnitt das noch retten kann. Ich weiß, dass hier schreckliche Dinge vor sich gehen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. So vielleicht... Christian! Christian! Deine Maske! Du musst dich daran gewöhnen sie immer zu tragen. Ich bitte dich. Was ich will, erreiche ich. Ist das hier ein Anfang? Oder ein Ende? Und wenn ja, von was?